recht herzlich willkommen zur 77 folge von towns ja wir haben den wassereinbruch da unten gehabt zuletzt und jetzt müssen wir gucken was weiterkommen komisch ist nur das nur dieses stück was da unten eingebrochen ist in anführungsstrichen und das ist immer noch nicht leer also komisch naja egal wir müssen gucken dass wir hier die wand zu kriegen beziehungsweise ein tor hinkriegen ich glaube das ist gerade nicht möglich machen wir noch mal das tor ich glaube das haben wir letztes mal irgendwo hingesetzt wo es gar nicht mehr ging wo sind die pole verkehrt da sind wir mit türen richtig flott geht so zurück zurück dahin dorthin 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 da wird stein geholt vielleicht bauen die da jetzt ein platz geht raus könnte ja sein das ist auch daneben gegangen weil da auch jetzt was reingekommen ist und wahrscheinlich kommt es gleich auch noch in der mitte bevor das platz geht das jetzt auch noch mal zurück wenn wir das vielleicht irgendwann mal zweimal da werden irgendwie steine ohne ende geholt aber komischerweise passiert hier nichts hier ist das wasser doppelt so hoch weil es da immer nachläuft ich weiß jetzt auch gar nicht ob die hier durchs wasser warten könnten was nicht so hoch ist ok da kommt ein stein der an der falschen stelle platziert wird weil dort wasser ist das trocknet jetzt auf mich gleich weg ok ne zurück zurück und da ist die mauer da ist die mauer da ist die mauer und da ist ein stein wieder hinzusetzen jetzt mal gerade vielleicht nehmen sie den jetzt und sitzen den da hin wäre ja super na jetzt kommt natürlich niemand ich will jetzt auch trotz alledem gucken dass wir da noch was hinkriegen diese person setzt zehn stein dahin das ist schon mal ein schritt weiter schön wäre es wenn jetzt jemand kommen würde und ein tor dahin sitzt am besten wäre es wenn er das jetzt ganz hinten hingesetzt hätte unlock aber dem ist wohl nicht so dass es geht kommt schon kommt keiner wenn man einen tacken schneller nochmal in der zeit gucken wir mal gerade rein wie es hier so mit ausrüstung aussieht zwei sind noch barfuß ja da geht es jetzt nicht mehr hin machen wir das weg aber das könnte ja vielleicht ein tappen jetzt vorne vorgesetzt werden aber so wie es aussieht klappt das gerade nicht ja jetzt ist das wasser bis dahin und wir haben das tor aufgelöst ne auch gut nicht so schön pass auf jetzt kommt jemand um die ecke der hat noch eine tür dabei aber auf anderen seite wäre das jetzt nicht so schlimm weil wir ja dann das noch immer umsetzen können so einmal nach essen gucken neun brote ob es ist ein bisschen schwach und da denke ich was nachlegen gut haben wir da gemacht und nach westeres machen auch auf anderen seite hier waren ja auch noch so schöne viele bäume mit obst so alles abwernten bitte was macht die happiness überhaupt 22 23 gerade gestiegen oder welche in der falschen ecke landet hier muss ich hin so ja der stein wieder auch nicht hin aber wir können jetzt wieder ein tor hinsetzen nicht wirklich aber ich mache es trotzdem da ist ein tor guck mal schade ne und da möchte gerne einer noch vererdigt werden vielleicht ok ist also jetzt gerade wie sieht es denn hier aus auch ganz nett holz hat geklappt was macht die happiness 23 immer noch ja bis dort kann man definitiv ziehen einfach weil die steine ja da fest sind dann klappt jetzt nicht so wie vorgestellt aber ja egal okay hier sind wir soweit dass wir das zimmer auch fertig haben hier wird auch kein stein eingeladet leider kommen die dann da rauf und runter ja hier durch ne oder ja da und dann da hoch dass wir also alles gehen wunderbar wofür braucht man denn jetzt hier so eine gelbe kugel läuft noch mal los und holt noch eine wo ist er da oben hat noch eine volt okay ach die sind gerade an öpfel und birnen pflücken so da kommt jemand um baut was ein speer schuhe waren das okay das ist gut wir brauchen heute die schuhe brauche die haben noch keine oder haben die welche gerade noch mal alles gut hier wird jetzt natürlich gerade kein uns abgeerntet kein 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 getreide für brot aber das ist halt gerade so was macht das glück geht der stein daneben ist auf jeden fall gekommen und das flott ist nicht versetzt worden das stand doch da oder und jetzt steht da aber auch nicht gemacht worden jetzt hat es klappt wunderbar so jetzt wäre zu überlegen die tür hier irgendwo noch hin zu machen geht das weiß ich nicht lass mal ich würde es gerne irgendwie trocknen aber das geht ja nur wahrscheinlich nicht das kann man gar nicht machen so flott geht haben wir jetzt da das mit dem wasser ist also erledigt gut sind wir da ein stück weiter was machen wir weiter gute frage kupfer ne iron eisen ist das das liegt ich dachte das wäre eine kupfermine gewesen die haben wir hier und da können wir aber auch mal gerade hier das mal abbauen ne so ne auf dieser seite auch noch kupfer ja machen wir da auch ach jetzt über die steuerungstaste gedrückt und nicht die shift taste deswegen ging das nicht so da wird eisen abgebaut hier sitzt so aus als ob das die mine darunter ist ok ja da ist auch eine grabstätte die nicht benutzt wird auch ein bisschen schade aber ist halt gerade so äpfel liegen überall rum happiness ist auf 27 stehe ich gerade sogar auf 28 genau so ist es das doch prima holz technisch geht es auch voran funktioniert also das war eisen und und ich weiß jetzt nicht irgendwo sollte auch kupfer mal hin ne oder haben wir auch das ist schon voll meine stoppile ok da sollen gelbe perlen rein die unten schon sind und hier allerlei essenssache ok happiness oh 31 das ist viel oh getreide haben sie aber wachsfatz abgebaut ne holz wird geschlagen äh der zerfällt ne ja machen wir den da runter aber ich glaube die können auch woanders jetzt hoch gehen ne und ja ich glaube wir gehen nochmal in richtung mauer und dahin 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 da auch und hier auch drei stück noch haben sie es auch geschafft oh guck mal da wird sogar da einer gemacht ok hier geht das mit der tür dann auch gut müsste klappen ne sind die so glücklich dass die so viele ok ok ist wieder runtergefallen 26 aber wir haben auch zu viele bauaufträge wahrscheinlich am laufen gerade wo läuft der denn lang interessant im weg finde du war komisch ne ach so da ist noch einer offen gut machen wir gerade so dann sollte das auch gestopft werden ok vorne ist schneller fertig wie hier oben das wohl das zuerst war aber das ist halt so in dem spiel was macht er denn hat er hier sein zimmer oh tatsächlich ok die anderen räume sind aber alle nicht überlegt oder ne da unten auch noch einer ok das würde bedeuten wir sollten vielleicht zusehen dass wir diese beiden räume als erstes zu bauen damit die ein dach über dem kopf haben ne gut dass wir das schon mal wissen und ach so ist er noch an machen wir den da mit gut gut ja kommen noch die steine oh ja was ist passiert da entstehen ein angreif von drei spinnen ok das wäre mal krass überleben gut gut brauchen wir jetzt auch nichts machen ne aber wir haben nur einen helden hier interessant happiness ist auf 27 oh zwei ja da oben noch einer da oben noch und dann bauen wir natürlich sofort die räume zu ende ja können wir eigentlich auch hier machen oder ja müsste ja alles easy sein ne permanent und ständig umbauen ich weiß gar nicht ob hier unten ist gar kein bett dran ne 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 und da hat einer seinen raum auch schön vielleicht sollten wir dem mal ein bett gönnen ja so so und sonst nix hat aber im bett hat er schon mal ne mal den da will ja jetzt keiner reinbauen ne okay wo bin es 31 sind glücklich am bauen alles wird gut alles wird gut und da können wir auch schon so rüber ziehen ne und das geht er auch schon und naja das will nicht so richtig ne aber so geht's ne das funktioniert so nicht aber kriegen wir auch hin mhm so 1 das ist Etage 2 da muss also auch Etage 3 drauf Shift hast du nicht gedrückt zur Zeit geht das mit dem hoch und runter aber wir müssen hier hier ein aufgang lassen ne aufgang lassen ne gut wo kommt der Stein hin da oben ne wohl nicht er schläft gerade unten mit dem anderen und da müsste gehen ne und diese Reihe müsste auch gehen ne Da wird auch zugemacht... und da auch... steht da jetzt einer oben, ne? Der kann jetzt aber eigentlich da weg, oder? Ne, da ist es zu hoch, da geht es auch nicht. Ah, daneben gesetzt. Ein weiter rüber und der kommt da runter, ne? Oh, da ist ein Stein... falsch gesetzt. Gut, kriegen wir gleich hin. So, jetzt kann der auch wieder runter. Das geht auch... und das geht auch. Hier weiß ich jetzt nicht gerade. Da kommt ein Händler, den lassen wir erstmal laufen. Und da... Kriegen wir das jetzt zu, oder? Alles gut. Ist hier irgendwas runtergefallen? Nein. Geht. Jetzt ist hier nur... der ist da, der ist da und da. Ich glaube da muss noch einer hin. Achso, der ist noch ausgewählt. Jetzt ist der Händler da. Eigentlich nicht interessant für uns wahrscheinlich, oder? Der hat Lebensmittel und bringt Lebensmittel. Können ein paar exotischen Sachen nehmen, sozusagen, ne? Oder so. Das, 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 das... Das... Ob das Soup... Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet, ob es das zweimal gibt, ne? Da gab's aber was zweimal. Und hier haben wir Dschungelsalat. Rot brauchen wir nicht. Kuchen. Gucken wir mal was daneben. Apfelkuchen. Obwohl, den machen wir eigentlich auch selber, ne? Die nicht. Die ja. Oh, Food Barrel brauchen wir nicht. Das Fleisch würde ich auch mal nehmen. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Brauchen wir das? Glaub nicht. Gucken. 2 davon. 5 davon. Die kriegt er auch. Also, die haben wir selber schon produziert. Das heißt, die geben wir ihm. Nehmen die hier aber irgendwo raus. Nach da geht's. Okay. Oh, mehr haben wir gar nicht. Das kriegen wir auch alles nach sofort, ne? So, wir haben ihm alles gegeben. Jetzt müssen wir gucken, was wir nicht machen wollen. Hier ein Buch gucken brauchen wir auch nicht. Natürlich reichlich, was wir hier noch haben. Was machen wir denn da? Weg. Jetzt sprang der nach unten, ne? Das können wir auch selber beraten hier alles. Obwohl, das wäre vielleicht besser gewesen zu behalten. Das geht auch selber. Der Kuchen geht glaube ich auch selber. Komm, weg. Ah, da ist schon. Gut, machen wir. Sollte wieder funktionieren erstmal, ne? Da krägt der Hahn. Da mal 5 und hier, naja, ein paar mehr. Gut. Ja, die Räumlichkeiten müssen weitergehen. Wir haben eine Happiness von 28 Grad 29. Steigt wieder. Ja, und dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.